In letzter Zeit fällt die Vlogs ein bisschen regelmässig aus, das ist mir sehr bewusst. Aber es hat einen Grund, weil ich im Moment so viele Sachen im Kopf habe und so viele neue Projekte und so viele Ideen, dass ich diese zuerst irgendwie sortieren muss. Und ich merke, wenn ich so einzelne Sachen immer wieder anfange, das ist für mich nicht wirklich produktiv, weil es hat so kein System. Im Moment geht es mir wirklich darum, Sachen sortieren, Sachen strukturieren, Sachen aufschreiben, alles was ich möchte machen, könnte machen, sollte machen. Und dann kommt es wieder gut. Das ist das gleiche mit dem Tiny House. Ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt, weil das mit der Küche ist nicht so vorwärts gegangen. Also habe ich mit der Terrasse angefangen. Durch die Terrasse sind aber neue Ideen gekommen. Ideen, die ich jetzt für andere Bereiche auch brauchen kann und dann wieder neue Ideen bekommen habe. Nicht gut. Unstrukturiert. Chaos. Ich glaube, wenn solche Sachen passiert, dann brauche ich einfach mal schnell so ein paar Tage Pause und Ruhe und eine Möglichkeit zum Sortieren. Das werde ich jetzt machen, wahrscheinlich die nächsten Tage. Und dann gibt es wieder ein bisschen Struktur. Aber das Gute an dem ist, die Ideen, was ich erzähle, gehen mir nicht aus. Es gibt so viel zu sagen über Hörbüche, über neue Getränke, über Kino, über Tiny House. Ah, es ist so viel. Aber ich muss es zersortieren. Bis bald. Bis bald. Bis bald.